Zunächst meine Bitte, gehen Sie am 27. September wählen. Wenn Sie nicht wählen, wählt Ihre Nachbarin oder Ihr Nachbar für Sie mit. Dann meine zweite Bitte, wenn Sie wählen gehen, wählen Sie bitte mit meinen Stimmen die Linkspartei. Wenn Sie Union, SPD, FDP oder Grüne wählen, dann wählen Sie auch das Ja zum Krieg in Afghanistan. Sie wählen das Ja zur Kürzung der Rente und zur Rente erst ab 67. Sie wählen das Ja zu Hartz IV. Sie wählen das Ja zu einem gesenkten Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer und zum Verzicht auf die Vermögenssteuer. Wenn Sie uns wählen, dann wählen Sie das Gegenteil dazu. Wir stehen für Frieden. Wir stehen für die Überwindung von Hartz IV. Wir wollen eine gerechte Rente, selbstverständlich ab 65 Jahre. Und vor allen Dingen wollen wir eins, Chancengleichheit in der Bildung für alle Kinder in Deutschland von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. Dafür werden wir kämpfen und streiten. Und glauben Sie mir, die anderen werden sozialer, wenn wir stärker werden, sonst nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.